Jo meine Leute, herzlich willkommen zum neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2022-23 Los geht's heute um 20.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio TSG 1899 Hoffenheim schlägt Werder Bremen bis 3 zu 0 Dann morgen um 15.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und in der Sportschau im Radio VfL Wolfsburg, äh Bochum unterliegt Eintracht Frankfurt 1 zu 2 Dann Bayern 04 Leverkusen verliert gegen FC Schalke 04 2 zu 3 knapp Dann FSV Mainz 05 unterliegt RB Leipzig 2 zu 4 FC Wolfsburg trennt sich gegen VfL Wolfsburg mit 0 zu 0 Dann um 18.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und UHD HDR und in der Sportschau im Radio Das große Typico Topspiel der Woche Das Spiel des Jahres Der deutsche Klassiker Borussia Dortmund gegen FC Bayern München Und das Ganze geht 1 zu 3 aus für den FC Bayern München Herzlichen Glückwunsch! Und Sonntag um 15.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio Das Rheinische Derby Das Rheinische Derby Das Derby am Niederrhein Borussia München Gladbach gegen 1. FC Skolonia aus Köln Das Ganze geht 2 zu 4 aus für die Kölner Herzlichen Glückwunsch! Dann um 17.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio Hertha BSC Berlin unterliegt FC Freiburg 2 zu 5 Und um 19.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio VfB Stuttgart unterliegt ganz knapp 1. FC Union und Berlin 2 zu 3 So das war's vom 9. Spieltag der Fußball Bundesliga Predictions für die Saison 2022-23 Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da Vergesst kein Abo, dann nimmst das Glöckchen Das nicht vergessen, sagt die wen Dann verpasst dir keine Benachrichtigung auf den Channel Und bis dann, gut geht's, ciao!